Hallo und herzlich Willkommen bei uns im Orange Hotel in Neu-Ulm. Mein Name ist Katja Meier und ich gebe euch heute eine kleine Führung durch unser Hotel. Mein Name ist Frau Ischmi, ich bin 28 Jahre alt, gelernte Hotelfahrfrau und arbeite seit einem Jahr als Hausdame hier im Orange Hotel in Neu-Ulm. Zu meinen Aufgaben gehören die Sauberkeit, die Kontrolle der Zimmer und ich bin zuständig für die Housekeeping Abteilung. Seit 2012 bin ich gelernte Hotelfahrfrau und arbeite nun auch schon seit zwei Jahren im Orange Hotel in Neu-Ulm. Hier bin ich zuständig für Tagungen, Catering sowie Zimmerreservierungen. Neben unseren 107 Hotelzimmern haben wir auch noch 10 Tagungsräume mit Platz für bis zu 150 Personen. Hier sehen wir unseren Raum Einstein. Ich bin Nicole Ischock und seit 2013 gelernte Hotelfahrfrau. Seit fünf Jahren arbeite ich jetzt hier im Orange Hotel und bin zuständig für Tagungen und begrüße die Gäste an der Rezeption. In unserem Restaurant bieten wir Ihnen unser Frühstücksbuffet, Mittagstisch sowie à la carte am Abend an. Unser Restaurant kann ebenfalls für private Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage oder auch Tagungen reserviert werden. Mit über 100 Parkplätzen direkt am Haus findet auch jeder einen Platz für sein Auto. Hallo, mein Name ist André Maul und ich bin gelernte Hotelfahrfrau. Hier im Orange Hotel und Restaurant bin ich für unsere Gäste als Servicekraft zuständig. Servus, ich bin der Michael. Ich bin hier im Orange Hotel für die Küchenleitung zuständig. Ich mache den Job seit 40 Jahren etwa und das Ganze mit Leidenschaft. In unserem Orange Restaurant bieten wir natürlich auch einen Mittagstisch an, Fleischgerichte, vegetarische Gerichte, frische Salate, alles so ein bisschen mediterraner Flair. Und wir haben natürlich auch einen Catering Service von Menüs angefangen oder Fingerfood bis hin zu großen Buffets in allen möglichen Variationen, so wie der Gast das gerne hätte. Für Ihre Freizeitgestaltung finden Sie bei uns zusätzlich noch den Orange Beach, an dem Sie entspannt Ihren Tag verbringen können, unser hauseigenes Kino mit Platz für bis zu 30 Personen, sowie das weltgrößte Friseurmuseum mit über 10.000 Exponaten. Das war nur ein kleiner Einblick in unser Hotel. Und wir freuen uns auf euren Besuch.